Wir sagen es mal ganz ehrlich, wir lieben Herausforderungen. Sie liegen in unserer DNA. Nichts motiviert uns mehr und nichts bringt uns mehr zusammen. Sonst wären wir auch nicht zu einem der führenden Telekommunikationsanbieter geworden. Unmöglich ist für uns nur, etwas unfertig zu lassen. Deshalb sind wir natürlich 24-7 für unsere Kunden da. 10.000 Smartphones am Tag? Für uns Alltag. Wir machen, powern, stecken, verbinden, planen, realisieren, passen an, programmieren, antworten. Kämpfen, schaffen. Und wenn alles erledigt ist, feiern wir auch mal. Denn große Aufgaben lösen wir nur gemeinsam. Wir haben noch viele Ziele. Denn wir wollen Telekommunikation nicht nur gut, sondern immer wieder besser machen. Dabei setzen wir Benchmarks. Mit unseren leistungsfähigen Glasfaseranschlüssen machen wir Innovationen zum Standard für alle. Außerdem bauen wir das modernste 5G-Netz Europas. Das erste Open RAN, gesteuert in einer privaten Cloud, die in über 500 regionalen Rechenzentren läuft. Ein Mobilfunknetz, das aus Software und Standardrechnern besteht. Durch die beliebige Kombination verschiedener Hersteller ist unser Open RAN unabhängig von Innovationszyklen einzelner Anbieter. Dadurch können wir auf neue Entwicklungen schnell reagieren. So entsteht das erste Netz, das das Potenzial von 5G voll ausschöpfen kann und ein noch besseres Kundenerlebnis ermöglicht. Als Pioniere nehmen wir die Herausforderung an, die Geschichte im Mobilfunk mit innovativen Technologien neu zu schreiben. Unser Ziel ist klar, unsere Kunden zu begeistern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017